Im Namen von AV Medien Business Pictures wünsche ich Ihnen zu Weihnachten eine Prise Schnee, viel Liebe, ein bisschen Wärme, lichter Glanz und natürlich schöne Geschenke. Und für das kommende Jahr viele Highlights, Gesundheit, das Ende der Wirtschaftskrise und beruflichen Erfolg und ganz wichtig, dass Deutschland Fußball-Weltmeister wird. Für Sie und Ihre Angehörigen, schöne Weihnachten und auf ein Top 2010. So, weg mit der Maske. Hoho, so meine Wichtel, gute Arbeit, braves Tier. Wen haben wir noch vor der Mittagspause? Ja komm, die schaffen wir noch. Mit wem machen wir weiter? Wer kommt als nächstes? Gut gemacht, sehr schön. Wir machen jetzt weiter mit dem Papst.